Jo Leute, was gab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde, heute seht ihr ein Video, wie ich im Amar Cup mitgespielt habe. Und zwar war das ein No-Build Cup, in dem auch andere Kontakte mitgespielt haben. Und ich muss sagen, ich dachte eigentlich, ich habe echt gute Chancen, ich habe auch echt gut gespielt, aber ich bin, ey, ihr hört es mir nicht an meiner Stimme, ich bin immer noch krank, aber ich war auch zu dem Zeitpunkt extrem krank. Und deswegen, ich hatte ultra schlechte Laune, weil ich einfach seit über einer Woche krank bin, was einfach Quatsch ist. Und das sieht man in dem Video auf jeden Fall auch ein bisschen. Ich bin dann auch teilweise echt ausgerastet. Wenn euch das Ganze trotzdem gefällt, weil es ist sehr lustig geworden, lasst gerne ein Like und Abo hier auf den Kanal, da tragt ihr meine Kreative der Konchant hier ein. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wo ist denn? Wo? Ein, ein AP, ein, ein, ein AP. Hab ihn, hab ihn? Ne, auch nicht, ey. Er hat ein AP, er hat ein AP, wirklich. Wo ist denn? Er ist runtergelaufen, du musst wirklich zu ihm. Er hat ein AP, wirklich. Oh. Ich hab' beide, ich hab' beide, ich hab' beide! Der kommt, der kommt, der kommt! Wer, 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 was denn? Oh, Katana, hier, vor mir! Ist low? 31er Hit Oh, die gehen zur Seite auf dich, ich komm! Ah, der tot? Jetzt hol ihn! Hab' ihn, hab' ihn tot, hab' ihn tot, hab' ihn tot! Ey, lass' doch nicht move'n, oder? Lass' mit der Zone move'n! Ja, lass' gucken, ob er irgendwo woher ist! Wir müssen bisschen Übersicht, einfach so, dass uns keiner sieht! Hier oben sind Gegner! Chill, 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 chill! Okay, chill, wir können ihn vielleicht töten! Die haben uns gesehen! Die kämen uns ab! Er kommt, er kommt! Hab' einen! Hat' gut Hits, hat' gut Hits! Oh mein Gott! Oh, du kannst nicht! Hab' wieder beide! Muss irgendwo hin, wo keiner ist jetzt! Ist hier keiner? Hier ist auch einer! Aber nur einer! Hier ist einer von uns! Und hier campen, hier campen, hier campen einfach! Nein! Der Wegser! Oder ist nicht mehr Insum, was macht der? Ist der dumm? Der Schildcrack? Der andere auf, minus 30! Der andere 1 AP! Der andere tot, der andere tot, der andere tot! Mr. Spark! Ja, ja, ja! Ja, ja! Inson, 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 inson! Lass'Inson hin! Oh, da ist da einer! Achso, dann lass' sie töten! Lass' sie töten! Lass sie töten! Ab' einen! Ich hab einen, hab einen. Komm, den musst du holen, bitte. Weil ich bin 1 AP. Ich hab woanders angeschossen noch Hilfe. Hab beide wieder? Oh, jetzt schießen uns alle an. War nicht so smart. Hast du Heal? Bitte? Ja. Achso, Bro, ich hab nen Bege hier. Die kommen uns pushen, die kommen uns pushen hinter uns hinter uns. Im Busch. Ist das irgendwie? Ist das wirklich irgendwie? Shitbreak, shitbreak? Tot, 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 tot. Okay, wir sind wieder am Game, wir sind wieder am Game. Chill, Bro, chill. Schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht. Stieg die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Und jetzt kurz in den Baum chillen. Ja, stark, stark. Erst dann wieder in Zone rein. Wenn die auch gehen. Kannst du ein bisschen aus... Ja, okay. Stark, stark. Stark, die sind dumm. Stark, stark. Langsam, langsam, langsam. Und hinter denen. Langsam, langsam, langsam. Wenn nicht, tank kurz Zone und jetzt geh in Zone. Mit Katana. Geh mit Katana über die Welt weg. Oh, fuck. Katana weg. Stark. Runter, runter, runter. Geh runter und camp unter der Klippe. Stark. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Versuch's. Mit Katana. Mit Katana. Du hast doch Katana. Ich kann nicht Katana. Oh, man. Ich hab Katana gespielt. Ja, okay. Lass in Zone. Dann, wo ich markiert hab. Da keine Gegner sind. Hoffentlich. Komm mit. Oh, ich werd angeschossen, Digga. Ich werd wieder gesniped. Wo ist Instant? Komm bitte, bitte. Oben im Dach ist einer bei dir. Ich hab's gesehen. Aber ist weg, er ist weg, er ist weg. Wir müssen holen, wir müssen holen. Nein, 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 nicht holen, nicht holen. Okay, doch. Wenn du sagst. Oh mein Gott. Wie viele Teams sind das, Digga? Oh mein Gott. Digga, ich raste aus. Jetzt geh in die Schildwaffe. Hiel dich voll, richtig? Hiel dich voll. Ja, und jetzt geh wieder nach oben. Sicher jetzt schon? Äh, ne chill. Chill so lange du... Oh mein Gott. Was machst du? So, ich wollt abbrechen. Egal. Nice. Hiel dich, hiel dich. Kann ich nicht. Okay, dann scheiß doch, dann geh nach oben. Geh nach oben. Ein Duo, ein Duo, ein Duo, ein Duo, ein Duo. Nein, weißt du nicht, weißt du nicht. Du kannst es holen. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Bitte geh nach oben. Nice. Und jetzt runter, jetzt runter falten. Jetzt runter falten. Kann ich, ich kann nicht gerade. Ich kann meinen Hangleiter nicht dazu machen. Das ist ein Duo, das ist ein Duo. Schieß dort hin, schieß dort hin. Lass dich nur nicht snipen. Nicht, nicht, nicht Hangleiter, nein. Oh mein Gott. Nein, du musst doch nicht schießen. Ich versuch's. Ich versuch's. Digga, was? Du musst schon schießen. GG trotzdem. Ja, glaub ich. Ich versuch's nicht. Und das soll ich in so'n, fuck. Wir müssen kurz stehen. Lass kurz stehen einfach, bis ohne das. Wir gehen in in so'n. Wir suchen irgendeine Busch. Hier links der Finish. Eh, doch nicht, warte mal. Rechts von uns, rechts von uns. Okay. In so'n, in so'n, in so'n gehen. In dem Busch, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh, der wird abgeschossen, der wird abgeschossen. Von wo wurde ich abgeschossen? In den Busch, in den Busch, in den Busch, in den Busch, in den Busch. Ich kann nicht gerade. Warum nicht? Ich bin in der Luft. Aber ich komm in den Busch, tschüss. Ich komm noch. Hier, geht da vor mir. Wollen wir da rein? Komm zu mir, komm, du musst wirklich zu mir, Bro. Wir gehen in die Runde, komm. Ja, ja, ja. Wir sind beide im Leben. Oder wie lange bist du noch in der Luft? Bro, übel. Ich kann die, ich kann die Hände gleich nicht zumachen. Hör, du musst sowas aufhören, du kannst das nicht machen. Rechts, rechts, rechts. Außer du bist halt alleine. Der schießt auf mich. Im Busch, im, äh, auf'n Baum. Vom Busch, äh, vom Baum, Bro. Ja, auf'n Baum, auf'n Baum. Haben wir 1-100 gegeben? Die werden gefüllt auf dem Baum. Ich muss in die Luft. Ich muss in die Luft. Wo ich bin, ich bin in der Luft. Wo kann ich landen? 1-100 P, 1-100 P. Bei mir immer noch. Wo ist er genau? 1-100 P. Wo ist er denn? Chill, 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 chill. In's Umgehen. Ich geh zu dem rein, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Das ist ein zweites, das war ich hier noch nicht rennen. Okay, okay, nice. Du gewinst, du gewinst, du gewinst, komm. Zwei gewinst du. Es sind zwei Leute noch. Oh, die haben halt diese Schild-Bubble-Sicker. Die wurden grad komplett gekriegt. Hätten wir einen Schild-Bubble gehabt, wir hätten das Gefühl auch gewonnen. Die Schild-Bubble sind so wichtig. Okay, lass die anderen fighten, da gehst du rein. Nein, nicht, lass die anderen fighten, bitte. Okay, nice. Over, GG. Ja, Chef Strubbel. Ehrlich, wie ist dein Mod bei dir? Ich weiß nicht, der hat glaubt, dass er nämlich nur noch das Gift. Er gehört? Egal. Warte, 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 warte. Aber Top 10, gerade so. Gerade so Top 10. Und dann schon. Wir sehen uns auf jeden Fall. Die Schild-Bubble. Vielen Dank.